Achtung, Achtung, liebe Damen, dieses Video ist eine gut gemeinte Warnung und du wirst mir danken, wenn du es dir bis zum Ende anschaust. Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erini und nachdem ich ja auf energetische Weise viele Frauen und Männer betreue und auch ganz oft Paarsitzungen habe, erlaube ich mir in diesem Video eine ernst gemeinte Warnung auszusprechen. Und zwar geht diese Warnung an alle Frauen. Keine Angst, es kommt auch noch ein Video für die Männer, aber ich beginne mit den Frauen. Ladies first heißt es und deshalb sind hier meine Top 3 von Finger weg von diesen Männern. Punkt Nummer 1. Niemals zu den Schwiegereltern ziehen, wenn du eine Frau bist. Ich habe das in ganz vielen Konstellationen schon erlebt, wenn ein Mann zu Hause noch wohnt, auch wenn er einen eigenen Eingang hat oder ein eigenes Stockwerk hat und auch wenn das Haus die schönste Lage der Welt ist oder so praktisch ist, weil man dann jemanden hat, der auf die Kinder schauen kann, die mal kommen. Vorsicht, das ist eine Falle. Denn du musst dir das so vorstellen, wenn du so einen Mann heiratest und bei ihm einziehst, ist dieser Mann auf der einen Ebene, soll er dein Partner sein, dann soll er womöglich noch Vater der Kinder sein, aber er ist gleichzeitig, wenn seine Mutter und sein Vater noch im Haus sind, Sohn. Und aus diesen Schuhen raussteigen und zwischen diese beiden Stühle sich zu setzen, diese Gretsche kriegen leider aus meiner Erfahrung her die wenigsten Männer hin. Das heißt, das führt zu Frustration und zu Stress. Und da muss noch nicht einmal irgendeine Schwiegermutter böse sein oder so. Also da würde ich einfach mal aufpassen. Und ein Unterpunkt zu, zieh niemals zu den Schwiegereltern ist, achte darauf, dass dein Traummann schon mal ein Auswilderungsjahr gelebt hat. Was bedeutet Auswilderungsjahr? Auswilderungsjahr für mich bedeutet, der hat schon mal alleine gewohnt, nicht irgendwo gleich in einer Partnerschaft und hat dafür sorgen müssen, seine eigene Wäsche zu waschen, sein eigenes Geschirr zu waschen, kochen zu lernen und einfach mal grundlegende Sauberkeitsregeln in einer Wohnung zu führen. Also das ist Auswilderungsjahr. Darauf würde ich achten und ich würde ehrlich gesagt da auch ein Siegel ausstellen, okay, ich habe ein Jahr in der Wildnis verbracht, ganz ohne Partnerin und ganz weg von Mami. Denn wenn du einen Mann frisch von Mutti empfängst, dann wird der nie richtig so im Haushalt helfen können oder dich wirklich so unterstützen können, weil er das einfach nie gelernt hat. Logisch, oder? Tipp Nummer 2. Achtung bei Männern, die sofort hin und weg sind und dir das Blaue vom Himmel versprechen. Diese Männer sind oft nicht gut geerdet und fallen sehr leicht in eine Ekstase. Erkennen kannst du solche Männer daran, dass sie noch nie wirklich eine lange Beziehung hatten, egal wie alt sie sind. Dass sie immer so himmelhoch jaucht sind und die längste Beziehung hat zwei Jahre gedauert. Da bitte Achtung, vor allem wenn dir der gleich in den ersten 2-3 Wochen verspricht, da bauen wir ein Haus und da werden wir unsere Kinder haben und da wird alles wunderbar sein. Das Problem ist, dieser Art Mann ist nicht böse. Die sind sogar einnehmend nett und hinreißend und verzaubernd. Die sind eigentlich wie ein Duft von Zuckerwatte am Jahrmarkt. So kann man sich das vorstellen. Die sind selber immer sehr erhoben, also sehr hoch oben von der Schwingung. Da ist das Herz ganz offen und die fühlen das auch so, was die sagen. Nur das Problem ist, die meisten, die das so fühlen, können es nicht erden. Das heißt, da ist oft nur warme Luft dahinter und leider bemerkt man das dann auch recht schnell. Also da erkaltet dann auch die Liebe und ich habe leider ganz, ganz viele Klientinnen hier sitzen, die dann sagen, naja, jetzt hat er mir das Blaue vom Himmel versprochen, das war alles wunderbar, endlich habe ich mal aufgemacht, ich bin eh so skeptisch und so oft verletzt worden und ab dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt mit dir, war er weg, hat er gesagt, er empfindet nichts mehr und war weg. Also da bitte aufpassen. Es gehört nämlich von der energetischen Ebene her, neben dem Auswilderungsjahr, wo man das Wurzelschakra prägt, also gehört eben dieses Wurzelschakra auch dazu, wo ich sage, was für ein Mann bin ich? Ich bin ein klarer, konkreter Mann und ich setze auch die Dinge um, die ich dir sage. Leider, muss ich dann wieder sagen, sind das oft nicht die spannendsten Männer. Das heißt, das sind vielleicht sehr, sehr nette Männer, aber nicht sehr spannend. Die sind grundsolide, aber eben ein bisschen langweilig. Aber das wäre ein sogenannter guter Mann. Da würde ich mir dann wirklich überlegen, was ist dir denn wichtig? Ein bisschen Liebe über alles, Funken sprühen oder etwas Solides, Zuverlässiges. Und dass man beides findet, muss man halt schauen und suchen. Sag niemals nie. Tipp Nummer drei, wo man ganz vorsichtig sein muss, achte darauf, wie spricht dein Partner oder dein neuer Partner, deine neue Bekanntschaft über seine Ex-Partnerinnen. Und wenn das sehr ungnädig ist, wenn der recht schimpft und sagt, die war blöd und der war blöd und das war blöd, dann passt er auf, denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er irgendwann auch so über dich reden wird. Das heißt, achte einfach darauf, wie spricht er über seine Exen, weil das gibt es nicht, dass die alle nur schrecklich waren. Und wenn du merkst, er schimpft dann nur andauernd, dann bitte sei vorsichtig. Gut, das sind also meine Top drei Tipps für Warnungen bei Männern. Ich muss sagen, sind vielleicht nicht alle Männer, aber das ist jetzt der Zusatztipp. Tipp Nummer vier, Bonusrunde sozusagen. Es gibt Männer, die haben das Gefühl, dass sie ihren Samen sehr weit streuen müssen. Das heißt einfach, die haben schon vielleicht von zwei, drei unterschiedlichen Frauen und Kindern und das ist ja okay, das kann mal passieren, da nehme ich mich selber nicht raus. Aber, und jetzt kommt das große Aber, achte bitte darauf, was hat dieser Mann für eine Beziehung zu seinen Kindern? Also von der Ex, Partnerin ist das eine und dann auch zu den Kindern. Und wenn du da hörst, ja, meine Ex ist blöd und der erfüllt diese Vaterrolle nicht wirklich, dann überleg dir erstens einmal, ob du wirklich da mit so jemandem zusammen sein willst, denn Vaterschaft heißt auch Verantwortung übernehmen. Und ich sage jetzt nicht, dass es da nicht blöde Umstände geben kann und Leute, die einfach nicht zusammenkommen mit dem Reden und da will ich jetzt auch nicht sagen, der Mann ist immer schuld. Aber ich finde einfach, dass Vaterschaft etwas Wesentliches ist, genauso wie jemanden versorgen etwas Wesentliches ist, dass das Gut zu einer Männlichkeit beiträgt, zu dieser männlichen Würde, zu diesem Eigenwert und deshalb kann man auf das schauen. Und wenn jemand wirklich keinen Kontakt zu Kindern pflegt, dann sollte man aufpassen oder das zumindest mal hinterfragen. So, das war jetzt ein brutal ehrliches Video von mir. Ich weiß, wenn du jetzt ein Mann bist und dir das anschaust, keine Angst, ich bin kein Nestbeschmutzer, ich werde das auch noch für Achtung, Achtung, bei Frauen machen. Aber auch wenn du dir das anschaust als Mann, dann schau einfach mal, vielleicht ertappst du dich ja bei dem einen oder anderen oder auch du als Frau ertappst dich bei dem einen oder anderen und da kann man ja ein bisschen dran arbeiten. Gut, das war's für heute und ja, viel Glück in der Liebe, alles Gute in der Partnerschaft und viel, viel Freude mit deinem Mann, würde ich mal sagen, oder mit deiner Frau, wie auch immer oder mit was auch immer und ja, wir sehen und hören uns wieder. Denk dran, Erini bringt Energie. Weitere Tipps und Links und auch zu Partnerschaftsvordringen findest du unten. Freue mich auf dein Like oder dein Subscribe. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, bitte lass es mich wissen. Ich freue mich drauf. Alles Gute, dein Oliver Erini. Bis nächstes Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.